So, das wird jetzt ein schwieriges kameratechnisches Unterfangen. Ich hätte mit dem Stativ arbeiten können, aber habe ich jetzt nicht. Ihr seht, hier ist meine Pinselbiene. Jetzt ist hier hoffentlich ein Blütenpollen drauf. Und das Gleiche mit diesem Pinselbienchen mache ich jetzt praktisch hier bei der nächsten Blüte. Beziehungsweise ich hatte es vorhin schon gemacht. Da bin ich jetzt schon durchge... Vielleicht muss man auch ein paar Geräusche dazu machen. Und da sehe ich jetzt allerdings in der Blüte noch keinen Blütenpollenanteil. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dann praktisch der Stempel nicht in gewisser Art und Weise empfängnisbereit ist. Und man muss das einfach mal austesten. Zumindest, sage ich mal, wenn es klappen würde, wäre es natürlich der Gra. Aber ich glaube es nicht. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel daran. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt, wie sich so eine Biene beim Bestäuben fühlt. Und hier machen wir das dann auch nochmal. Kann natürlich sein auch, dass das bloß zu bestimmten Tageszeiten funktioniert mit dem Bestäuben. Auf der Plantage von Ernst Hecker habt ihr ja gesehen, dass da richtig viel bestäubt war schon. Und keine Ahnung, ob die Kamera jetzt das hier so entsprechend ablichtet, damit das passt. Ob das man was erkennt. Aber nehmen wir auch mal so eine ganz junge Blüte. Ich denke mal, dass es bloß so zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht auch bei Monschein, wenn die Katze dreimal Miaut hat. Oder keine Ahnung, was da für eine Philosophie bei der Indianer Banane dahinter steckt. Vielleicht muss man auch einen Regentanz machen. Hier zumindest ist ja eine, die erfolglos, wenn nicht erfolgreich bestäubt worden ist. Das heißt, das war schon mal nichts. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen Bienchen gespielt. Machen wir die nächsten Tage auch nochmal. Und dann sehen wir weiter. Gucken wir mal, ob diese Pinselbiene erfolgreich beim Bestäuben war oder auch nicht. Mein Gott, sonst müssen wir halt zwei, drei Jahre warten. That's Garden Life. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt zur Indianer Banane, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das nächste Update bei Ernst Hecker auf der Plantage. Werden wir auch noch demnächst haben in zwei, drei Wochen spätestens. Wahrscheinlich in zwei Wochen. Bis dahin, Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.